ich drück um mein Leben das kommt einfach nicht aber was hat er trifft dadurch er hat mich gerade getroffen auch die er hat gesagt ich dachte er will auf die andere Seite machen was man davon hat den wenigsten du hast am wenigsten Leben von den allen, oder? ja, ich guck doch mal, wie ich hab ne komm, trifft Robin ich hab immer, glaub ich schon zu kommen oh man, jetzt haben die genervt scheiße man aber jetzt triffst du oh, anscheinend ist es doch wer die meistens, nicht? ich mach es ganz klar, ich sag ich ja auch es war mir gar nicht so es war die ganze Zeit, so? nein, vom ganz ganz Anfang was war ah dacht so also hast du gewonnen jetzt gleich warte, einmal oh, hab ich gewonnen, noch einmal besiegt oh, hab ich gewonnen, weiß nicht ja auch zu abgeschlossen egal, viel Geld haben und so auf weiß mehr aufheizen damit der kampflevel also die Anforderung mit der Bekunft 2 30 ja auch von 2,50 echt nicht das wird lange dauern echt so lange das heißt ähm so kann man es gucken ja Stroh, Piraten, er hört Spezialgriffe und ruft Geschwindigkeit also ja, super hey ich hasse Buggy ich glaub ich glaube wir werden 25 Minuten brauchen oder mindestens 30 die Insel? ja was? wie diese Insel? du meinst jetzt für die ganze Insel hier, ne? wirst du sehen das sagst du als gerade als Scherz oder? wirst du sehen ok wenn ihr... ach scheiße ok kein Problem, das teile ich das alles jemals jeweils in 15 Minuten auf ich lade die heute auf hoch kannst du morgen angucken wenn du willst mit Zeit hast wenn du jemals meine Videos angeguckt hast ja auch noch einige einige aber gibst du nur die Videos wo du drin warst nein guck wie du grinst, guck wie du grinst sag mal welche Videos denn dann sag ich dir welche ob du da drin was oder nicht ich hab mich nicht mal richtig eins ja guck so ein Liegner ich hab nicht gelungen ich hab noch überlegt und da sagst du noch die Wahrheit da sagst du da ich hab noch nie ein Video zu Ende geguckt also hast du noch die Wahrheit also du hast kurz angeguckt hast du gedacht ach scheiß drauf und hast weg gemacht ja 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 ach ja der Kommentar zu Facebook stimmt eigentlich was ich weiß ich hab auch ich hab auch als er es gesehen hat dachte ich nur warum kommen sie auch waffi dieser komische Fischpirat Wanderdecken hat auch dauerstrukt die dürfen nicht ähm hier das sagen so also sind Steckgriff dürfen die nicht zeigen ja da hat man gedacht das war wie das wäre aber demnisch ist unnüpf und nach kommt die nächste vorgestern zwei Wochen los ne ey es kommt diese aber kommt diesen Samstag vor Vitaille äh ja ich denke schon da haben die nichts gesagt aber Belsibro kommt auch nächste Woche oder der kommt ins Wasserchen ach ja stimmt voll eklig ich mag es nicht mhm ach egal ist auch nicht so schlimm kann ich hab ich mehr Zeit zum aufnehmen ey bist du ganz sicher dass es mehr als 20 äh mehr als äh ja ok ich verteil das dann auf was soll machen wenn ihr das Projekt fertig haben kennst du äh du kannst du so gut äh supersonic gravierst oder weißt du es nicht weißt nicht muss ich mal gucken ich glaube das wird dir gefallen kannst du Kamera mehr, Genki Dama und so alles einsetzen GBA Version und Nintendo DS Version und mit einer Story du kannst auch mit Braille kämpfen mhm das kommt aber das kommt aber demnächst nur kann ich ja kann ich ja nach der Aufnahme zeigen nur zeigen guck 20 guck mal wo wir sind 1 2 3 4 5 6 ja genau scheiße man komm jetzt du wolltest ja alles machen ja wenn ich schon sage alles dann auch alles ja dann das geht schnell egal dann sollen sie mich auch nicht mehr nerven dann hab ich dieses Projekt auch fertig das hat Spaß gemacht muss sagen ach wenn du unbedingt nicht willst dann kriegst du auch wieso meinst aber mal du zu yeah einmal einmal ist kein mal ja 2 mal ist einmal und 3 mal ist 0 mal ok nein nix ok das derzeit kann sie da geben ja wieder einfach gewinnen ja oder Punkte dann diesmal gewinnen guck mal jetzt sieht man ja nichts ja ok dann verprügel die ich glaube erneuer auf die ganze hg benutzen ja glaub schon hat derzeit den karten kannst du gleich wo bekannten wenn du zuhause kannst du herunterladen und dann zocken aber ich habe gedacht dass du das erste ich habe gedacht du willst sofort wissen dass ich schon da ist ich guck zu euch die spiele nicht so richtig so ich guck zu euch die spiele nicht so richtig die bis auf am pies angekommen gigant bette ich wusste nicht ach jetzt stimmt ja das ist gewonnen einmal blut oder irgendwie Franky ja 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 sie aber ich habe nicht sichergestellt aber ich schon schon damit die angreifen und dann werden das kann das war die zweite Bedingung gefüllt mit zuerst wie Gold K.O. schlagen ich werde das angekündigt das kann kommen sollen also das sie äh aufheizen ja noch optionale Insel oder ich glaube mehr als 30 minuten scheiße man nein wir können auch schneiden warum bist du vergiftet hier sollte also diesen auch vergiftet da guckt das auch das auch ein bisschen ob sie vergiftet werden das ist die wahl das gemerkt wie schnell das ging das ging zu schnell okay da schauen wir vielleicht auch 25 nein mindestens 30 dann es gibt keine Hitschingen aber ich glaube ich kann es nicht leben du kannst auch Blackbeard kämpfen m Töme ja ist klar Joho Wachau Ah noch ein Ruff Kloon nicht mal gegen mich einfach wieder besiegen aber sie ist aber voll flieg bei den abend merkst du das ich weiß ist doch Anforderung Level 30 was so egal verprügelt die ist besser Jette Bazooka Mann sterben die oder eine von einer von den feld ins wasser verprügelt den hasen mal der nervt immer dadurch sterben die schneller wenn die so demis und da draußen bleiben ist einer gestorben aber jetzt ist der höchste modus ich dachte wenn du den Pils schlägt dann äh das auch vergiftet ich bin noch nicht nein du hast ein Pils geschlagen ich dachte wenn du den Pils schlägt dann wirst du vergiftet du weißt man jetzt noch kommen oder hast du auch vergessen wenn du ganz wenn du richtig wir nicht leben hast oder ja also wenn du schon gestorben bist aber trotzdem drei ähm feuerzeichen dann bist du automatisch im Hitzemodus aber wenn ein Hitzemodus weg ist dann hast du noch richtig wenig leben und dann musst du es geht aber weniger so ok ey wir schaffen das vielleicht in 30 Minuten nein nie was 15 es sind noch drei ne es sind noch drei Level ja schaub mir da ist dieses Level leicht weiß nicht müssen wir mal sehen ja ok ja diese Konversation hatten wir da einmal oder nicht ja die sagen immer das gleiche ach so copy paste und so ok alle gegen mich mit Punkt ach so einfach mal einfach mal prügel oh scheiße das geht schnell zeig mir gleich diese Level wo du sagst das willst du niemals wieder und niemals mehr machen ja das ist glaube ich woanders das haben mich schon beendet sogar hm das haben mich sogar beendet schon das habt ihr schon gemacht also das haben wir schon glaube ich schon gemacht wo du gesagt hast das schaffen wir nicht ja ähm ja glaub schon also alles geschaffen ich muss halt ach so hast du gerade mal da haben dein feuer was du gerade an ihren körper zu ihm verletzt ja andere ist sie so dämlich ich habe jemand das gerade geklingelt wir müssen gleich einen cut dann machen ok da bringen wenigstens diese schlampe wartet ok es geht weiter verprügelt jemand ganz schnell die nervt etwas das weiß ich noch einfach mal einfach mal verprügeln einfach mal ganz simpel verprügelt was passiert wenn du sie nicht in der zeit besiegt das ist verdammt verdammt dann habe ich verloren echt schlag die weg man oder robin ja jetzt hast du sie Endlich, puh auf dein Gewicht Das ist so stark, ey Okay, das haben wir dann auch So schnell Okay, jetzt noch die vorletzten Wir haben das in 30 Minuten geschafft Ich muss das Ich muss so viel schneiden Du hast mir nicht glaubt mit den Äh, 25 Nicht bis heißig Was die anderen Minuten, also anderen Inseln dauern die lange? Ich muss hier gucken, ich kann nicht sagen Ich hab dann genauso lange Okay Aber glaubt ihr an die vorige Insel wirklich wie alles komplett? Müssten wir eigentlich um diese Insel betreten zu können, oder? Was ist denn alles, alles? Nein, nein, nicht mal da Äh, nicht alles, aber in der vorigen Insel Dass sie gegen die Boss gekämpft haben Wenn ihr die Boss nicht gekämpft hätten Wenn ihr nicht auf diese Insel gekommen, oder? Achso, okay, dann haben wir das gemacht Ahja, kannst du auch selbst nachgucken Für dieses Let's Play Wenn du das suchst, dann findest du eigentlich nur von mir das Let's Play Nein Hast du gewonnen? Nein, nicht auf der Fall Ist ja auch so einer, der ganze abhaut Weiß ich, das weiß ich nicht, aber wie wusste ich das? Einfach mal Druck einsetzen Ahja Oh Oh Super Super Ne, es bringt nichts Guck, jetzt schlaf ich Ey, das hat behindert Guck jetzt, was danach passiert Das ist voll gebrochen Das ist ein Nebeneffekt, wenn du beim Gegner machst Ja Ich glaube auch Achso Du kannst entscheiden Ich glaube dafür die Einzelzeiten Ah Die Einzelzeiten, weil dafür auch mehr in der Luft dann das macht Komm runter, komm runter Das kann sich auch in der Luft Achso, so runter Gib ihn Weg mit dir Ja Naja, gleich werden und dann machen die nächste Insel Wirst du gleich noch mehr Cola? Nein Oder Spoilt? Wir haben auch Spoilt Mit 0% Zucker? Ja Ja Wieso? Ich, ich, ich hasse es leicht Ja, hier kannst du ein bisschen mit Cola mischen Da ist auch kein Zucker drin, aber egal Dann soll ich Zucker reinkommen Wird das anders schmecken? Ich probiere es jetzt aus Warum nicht? Weil ich kann das für dich mal Ja Na warte Nacht, denn es ender so tot klar Ja, ich halte fast nicht mehr aus Wie kann dir meine Kraft leihen? Sein Aufgebot finde ich eher sehr funztlich Erst müssen wir das Hindernis begleiten Ja, das sagst du immer Er sagt dir jedes Mal Ha, ha, ha Er glaubst du 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 Nein Nein Niemals er Wieso? Du kannst du nie wissen, das kannst du nie wissen Er kann aus Frauen, Männer, Mann Er kann aus Frauen, aus Männern, Frauen machen Was ist denn? Das ist echt schlimm Voll schlimm Er meint Er meint Er meinte Er meinte, dieses Geheimnis soll Iwakoff nicht erzählen So Okay, jetzt was weiß ich jetzt Ey, kann es sein, dass er früher Wann kann man es nicht nachlesen? Wenn das auch nicht vorkommen ist, dann geht es ja schlecht Das war ähm Er ist gut eingesetzt, oder? Jetzt die Bühne Geht doch Aber ich glaub wirklich, dass er früher eine Frau war Meine Vermutung, meine Vermutung Ja, kann doch sein Kann doch sein Kann doch sein Ein bisschen Crocodile, Liebe Du brauchst eine Theorie, ich hab gar keine Ahnung Ich bleib dabei Okay, wir sehen uns bei der Warte, geh schnell auf den 5 Ja, das war Das noch zum alten Part nicht vergessen Ja Die nächste Insel ist da unten Wir sehen uns da gleich wieder Bis gleich Sagst du nicht tschüss? Ja, okay Ja, okay